So, jetzt müssen wir wieder ins Lager. Oh, super. Weißt du, schön war gleich nochmal. Einmal an den ganzen Bären vorbei. Vermöhnlich nicht so viel pullen. Ja, doch einen nehmen wir mit. Er ist ja in Pumpe. Ich kann auch mit einem Skill von 1 die Mops später holen. Und du kannst auch viel Kräuter haben mit deinem Mini-Skill, die wohnen holen. Ja, hat er schon. Das Problem ist halt dann eher nachher wahrscheinlich wieder Alchi hoch zu skillen oder so. Was habe ich gekriegt? Einen Stoffviertel habe ich bekommen. Kommt die auf die Kuhle nicht hoch? Meine Damen und Herren, ich bin nur zu doofenlaufen. Wo hast du die jetzt her? Was hast du denn jetzt herbekommen? Aus dem Beutel. Ach stimmt, wir haben ja einen Beutel bekommen. Wo ist denn der hier? So, einen melde ich doch mal an. Mal gucken. Alter, ich habe ein Wickeltuch der Sonne und du hast ein Wickeltuch des Mondes. Juhu. Ja. Ich habe das Pfeiler-Teil und was war ich jetzt? Mit Crit. Mit Crit. Naja, ich bin schon ein besseres Weg. Schaut's aus. Die Zeiten mit Willenskraft sind doch eigentlich vorbei. Ja. So, das muss ich glaube ich erstmal Taschen leer machen. Oh ja, ich glaube, das ist eine gar nicht mal so schlechte Idee. Ja. Und dann hoffentlich bald mal... Habe ich den jetzt reingelegt? Nein. So. Bald mal ein bisschen Kohle... Guck mal, was ist die Bedarf? Ja, ich bin. Dich kann man das schon mal verkaufen. Ähm, bisschen Kohle, mehr Kohle zusammen haben, weil dabei, äh... Das war hier mal den... Hä? Entzauber... Ähm, dass ich hier mal die, die, die... Die größeren Taschen kaufen kann. Ach so, ja. Belohnung wählen. 3, 3, 3. Ah, da gibt's 5 Silber. Nehmen wir doch die. Ach nee. Ach nee. Ah, ich hab ne Quest angenommen. Das wäre ich weggeflogen. Ja, ich, ich, äh. Weil Sylvanas, bloß die von dem, wo rumläuft, die hab ich nicht angenommen. Die hast du noch nicht, okay. Also Sylvanas abgeben. Sylvanas abgeben und annehmen. Und ich hab nicht gesehen, dass ich dann direkt weggeportet, äh, weggeflogen werde mit einer Walküre. Ja, ich, ich folge dich. Du folgst mich, Asiut. Ich, ich folge dich. Ach, der fliegt uns ja am ADW unten. Ja, schaut so aus. Frontlinie der Verlassenen. Ey, da ist noch ein Schluckpunkt, halt mal an. Ja. Ja. Ach man, das nervt. Ja, ja, ja. Was haben wir denn jetzt als Auswahl? Ah, hier ist auch noch ein Flugpunkt. Na, also gut. Höhlen und Burg. Okay. Oh, man rückt gern. Oh, alte Frau. Ich werd zu alt für den Scheiß. Toll, jetzt müssen wir eine Wolfsbahn, was auch immer das sein soll. Gibt's hier nochmal eine Quest? Irgendwas leuchtet hier noch, ja. Warte, warte, warte. Ah ja, bist du auch da? Ja, ich lande gerade. Ich war gerade am Landern. Okay. Da ruhig steh, gibt's dann auch noch eine Quest? Warte, ich seh dich noch gar nicht. Ah, okay. Wommelt 6, Wolfsblabla. Wolfsbahn, genau. Und dann gibt's bei mir da noch den Flugpunkt ja dann natürlich auch noch. Halbflor, da. Flugpunkt, damit wir wieder zurückkommen. So, mal ganz kurz. Fertig machen hier. Naja, mach mal. So. Was, 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 was? Das ist der Geräuschkulisse hier. Mhm. So. Auch nicht so viel. Hör mir die Hufu. Wer raucht denn hier? Ich nicht. Nein. Oh, da läuft die schon los. Ja. Ich mach schon den ersten Worgen-Rebell kaputt. Fein, Mann. Mit Level 14. Ist dein, Alter. Ein oder ein Nö, ne? Ui, guck mal. Ein Widder. Mit Schäfchen. Mit Zimmer. Uh. Oh, wie süß. Ja. Kümmer. Schade, dass wir die nicht kaputt machen können. Die sind gelb. Klar kannst du die Türken. Nein, die Schäfchen kannst du nur anflauschen. Du kannst nur den Widder angreifen. Guten Tag. Der haut doch gleich wieder ab. Gehen wir nach rechts. Oh, da steht aber korrupte Verlust. Da wollten wir jetzt vielleicht nicht klären. Ich brauche ein Ziel. Also, gehen wir nach links. Ja, für die Frage. Ey, Wichtel, der war schon tot. Da brauchst du ihn doch auch von. Guck mal hier. Ich würde sagen, gehen wir jetzt ein bisschen nach rechts, ne? Ja. Da sieht man hier gerade ziemlich bekannt, Frau vom BG. Das ist okay, ja. Ich glaube, ich war hier noch gar nie. Beziehungsweise, ich war eigentlich noch nirgends wirklich nach dem Cutter. Schnell looten, meiner war schon weg jetzt. Oh, okay. Also dann umhauen und gleich looten? Ja. Ach, das ist ja da schon wieder halb Gylneas, gell? Ja. Deshalb kenne ich den Landfleck nicht so wirklich. Musst du das machen. Du musst das Startgebiet mal spielen. Das Startgebiet habe ich gespielt. Ich hatte doch mal einen Priester. Das stimmt, ja. Das Startgebiet war nämlich, ach so, das ist dein. Ja, das Startgebiet war schön. Gehen hier jetzt lang? Ja. Ich habe das Startgebiet dann immer gesucht, zumal mit der großen Wasch einfach mal durchlatschen. Aber irgendwie... Das fehlt ja leider nicht. Hm. Ich muss da draußen bleiben und warten. Das musste ich damals auch mit jemandem machen. Oh, das steht noch. Oh, da kommt der Dicke. Sollten wir vielleicht mal so einen Haken schlagen da rechts? Ja, das sind ja wieder genug. Der schmeißt mit dicken Steinen. Ihhh. Das tut ja weh. Das tut weh. So, einer noch. Da steht einer. Vorsicht, Stein. Wie der Teufels Hescher. Du weißt, dass er kommt. Du merkst es. Alles vibriert und plötzlich, bam, bist du tot. So, gehen wir erst... Abgeben oder erst weiter? Nee, warten wir noch die anderen beiden Quests. Ja. Machen wir die erst hier vorne? Richtung Kante? Komm. Ja, lauf zu. Hier. Weil wir müssen jetzt zum Abgeben eh in die andere Richtung. Hm. Ach, da ist noch die andere, okay. Da ist ein Hund. Der greift die kleinen Schäfchen an. Nein! Stirb. Stirb im Mund. Was ist da noch? Geht gar nicht. Und du wirst bestraft, weil du deine Schäfchen nicht beschützt hast. Ja, den kann ich aber nicht. Ist mir egal. Aber die Füchse... Ah, ne, die sind lieb. Da können wir drauf vorbeilaufen. Ja, die sind gelb. Ui, da kann man Stein looten. Oder? Hi. Stein? Ne. Kommunikations... Das sieht aus wie dieser Gnomikopter... Oder Gnom-Rekorder in Russland gesetzt. Ja, wir hatten noch da... Hatten wir da nicht auch schon mal so eine Quest, wo wir irgendwas auffüllen mussten? Wo ich auch gesagt hab, das... Wo mich eigentlich auch dran erinnert hat. Wo ich gedacht hab, so ne, jetzt haben wir da wieder sechs oder acht oder keine Ahnung wie viel. Nee, das ist so eine Küste mit den, äh... Ja, ja. Mit den... Mit den Truhen da, wo einer drin sitzt. Ja, aber wir hatten schon mal in irgendeinem Steg irgendwas, wo wir, ähm, was reinfüllen mussten. Wo ich dann auch schon gedacht hab, oh nee, jetzt müssen wir fünf, sechs, sieben, acht, hundert von diesen Dingern da füttern. Ja, ja, das war mit denen hier, aber das muss wer nicht. Mhh... So, jetzt gehen wir die letzte Quest noch holen. Ja. Wo immer wir auf den müssen. Einfach mal laufen lassen. Ja, sehen wir dann. Irgendwo kommen wir schon raus. In die Nordschmark, okay? So lange ich jetzt nicht mit dir aus dem Pferd schwingen muss. Hehe. So, was müssen wir jetzt tüten? Wolfgang. Ach so, ein Kraut. Ach so, das ist Kraut, das zusammengegangen. Äh, ach, okay. Ja dann, folgen Sie mir mal unauffällig, da hinten sind nämlich noch zwei. Drei, vier, fünfhundert. Geradeaus sind noch vier, fünf, sechs, sieben, acht Stück. Oder so? Ja, ich sehe es glänzen. Ah, jetzt sehe ich das selber, okay, gut. Ja, ich sehe es bei den Punkten nicht, aber ich sehe es glänzen. Alles gut. So, drei. Ich laufe nochmal ein Stück zurück. Ja, da ist schon wieder respawn. Ey, das ist der Hammer. Vier. Ich habe voll. Du hast voll. Ja. Hier oben, wo ich stehe, hat es da mal drei oder vier Stück. Musst ja eh wieder zurückkommen. Ah, ich folge dem Glitzer. Folgst dem Glitzer. Es glitzert, ich will es haben. Bist du ein Rabe oder ein Elster? Hör mal, hör auf, weil die letzten zwei Stück auf meinem Balkon... Ich habe gedacht, ey, wer kommt hier rein? Die sahen da schon so, als wenn sie sich austrecken würden. Na, wie kommen wir am besten in die Nähe wieder. Laufen wir gerade hier lang, oder? Ja. Fettig. Ja. Ja, ab durch die Mitte. Ich muss nur aufpassen, dass die Worgnen nicht aufs Kreuz fallen, glaube ich. Die hier oben kommen. Ich habe keine Worgnen gesehen. Du? Die Lennarische Holzfront, oder was stand da jetzt drauf? Keine Ahnung. Etwas, einer war gerade hinter mir. Okay. Der ist gerade an mir vorbeigerannt. Ach, hier ist es. Hm. Hallo, Mister. Hier ist das wichtig. So. Oh, Schülchen. Oh ja, schick. Ich bin schon fast viel zu klein für uns. Ja. Ja, das Problem ist halt, im Dungeon habe ich zwei Level gemacht. Ja. Aufpassen. Laufen wir uns. Vergründet den Aufpassen. Wo ist denn der Aufpassen? Ach Gott, wir sind schon hier unten? Oh. Wir schicken uns fast. Wir sind in Gilneas. Ja, wir sind in Gilneas. Jetzt warte ich zuerst mal noch meine schicken neuen Schuhe an. Ach ja, stimmt. Nee, das ist eine Kettehose. Das war eine. Das war alles. Bis zum nächsten Mal.